Hey Leute, hier ist der alte Marm. Entschuldigung, tut mir leid, bitte nicht ausmachen. Es geht weiter mit Timberborn. Mit diesem Biber-Wahnsinn. Der wahnsinnige Biber. Guck mal, unser zweite Farm ist bald fertig. Und da müssten wir vielleicht mal ein bisschen mehr Essen reinbekommen. Aha, sehr gut. Und hier ist der Förster. Ich glaube, die Lumberjack-Hütten, die können wir mal woanders hin tun. Ich glaube, das werde ich auch entfernen und dann werde ich das Lager hier oben hinbauen. So, jetzt Plant Trees. 9 Days, 12 Days. Alter, ich kann Bärenbüsche anpflanzen, lol. Okay, warte mal. Äh, Plant Pine. Acht Locken, wenn wir das, was Fehlholz bringt. Ach du Scheiße. Ja, dann haben wir da jetzt, äh... Aber das machen nicht die Farmer, oder? No Dropless Biber in Range. Kein Arbeitsloser-Biber da. Jetzt haben wir wieder 231... Ach nee, das Material ist insgesamt. Ach so. Können wir mal da, 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 da mal weitermachen. Essen kommt rein. Sehr schön. Dann machen wir mal hier wieder aus. Bumm. 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 Gucken, ob das hier funktioniert. Ach, macht er. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir auch noch. Hier haben wir auch noch. Wir fällen einfach alles. Ist egal. Es gibt auch so Biber-Überpopulationen, die auch Wälder mit dezimieren. War da nicht irgendwas? Hab ich mal gehört. Oder täusche ich mich da, das mal gehört zu haben? Ähm. Campfire. Ja, könnten wir eigentlich auch noch mal ein paar bauen. So, Grillfarmhaus-Gerder-Fleck haben wir. Wasserpumpe haben wir. Wasser haben wir bald nicht mehr genug. Ist nicht so gut. Dann bauen wir mal eine neue. Ist mir egal, wie lange die hier brauchen zum Wachsen. Die Bäume, wenn die einmal da sind, haben wir Holz... Holzurama. Holzurio. Haben wir dann. Okay, dann machen wir jetzt mal Treppchen. Sehr schön. Ein wunderschönes Treppchen. Für kleine Treppchen-Biber. Kleine Treppchen für Treppchen-Biber. Bi-Biber. Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bo. Ein Job... Less. Ein Arbeitsloser. Da braucht das einer da zu tun, das ist ja egal Essen, 95, das ist ja gut Und es wird gepflückt Das ist auch gut Ja, wir haben immer noch, ach ne, können wir hier Genau, jetzt haben wir sogar zwei in der Farm Vier insgesamt Genau, die sollen planten Und die sollen harvisten, sehr gut Ich muss sagen, was die Prioritisieren sollen 66 Beeren, immer noch mehr als Karotten So, die zweite Wasserpumpe läuft auch A place to completion must be built on the ground Printing press Und Karotten, so warte mal Apropos Papier Paper Mill Verbraucht mit 250, haben wir Sind wir angeschlossen, reicht das so? Sonst müssen wir sie hier hin machen Jetzt können wir auch hier eine Kreuzung machen Das müsste ja auch gehen Le-Kreuzung Ja, das geht Wenn die das bauen können Wir werden's sehen 100% Ist voll Das Lager Large Warehouse Haben wir hier noch Und Water Tank Den würde ich auch gerne machen Aber dort noch Dauert noch Wir brauchen noch Dingenspunkte Aber das ist doch noch Platz Das ist egal 23 von 26 Drei Kids Katania Es ist trotzdem knapp Ich glaube wir müssen noch eine Farm bauen Weil guck mal, die kommen ja gar nicht mit dem Ernten hinterher Wir lassen es erst mal so Eine zweite Farm können wir immer noch schnell bauen Guck mal, er pflanzt und der andere holzt ab Die Armbäumchen Alter, wir haben echt bald ein Baumproblem Genau, bringt mal die Gears Weil die haben wir ja Doch der Lock um Papier zu machen Da können wir sprengen Hohoho Satisfice AW1 7 Teil Rages Was denn 1000 Sets Das ist dann nur noch Guck mal Das ist nur noch Science-Science-Punkte-Verschwendungs-Gebäude Ähm Hat das denn überhaupt noch genug Strom? Ich glaube, hier können sie nämlich nicht bauen Pass auf, machen wir mal so 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 Engine Ich würde gerne Ich würde gerne Vielleicht doch Äh 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 Paper Mill Was haben wir alles jetzt? Es ist durch Gräsmüll Gräsmühle 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 So Die Gräsmühle Wie sieht es mit Holz aus? Sehr mau Das war klar Bis die hier gewachsen sind Sind 10 Millionen Jahre vergangen Wir haben ein Construction lacks Materials Building lacks Power Ja das ist klar Das ist alles kein Problem Alles braucht Loks Alles braucht Loks Das Problem ist, dass wir halt Äh Arbeitskräfte brauchen Wir haben nur einen Arbeitslosen Ja wir können hier weiter Machen wir den hier mal weg Oder Pause Sollen die hier und dann direkt immer dahin latschen Ich weiß ja immer noch nicht wie diese stehenden Dinger funktionieren sollen Genau Ich bin mal schnell das Holz weg Oh man Vielleicht sollte ich noch mal was anhäufen Produzieren aber bis zum Umfallen Ich war kurz bei der Paper Mühle Stopp Die bauen aber kein Ne Plank und Cheer 25 Brauchen wir halt wieder ein neues Haus Oder jetzt Bauen wir mal direkt Zwei Ist es Stopp Ne oder Sind wir am Schlafen Sind wir am Schlafen Okay Kommt schon Wo kommt das denn auf einmal her War das dann noch Weil ich da Pause gedruckt habe Ja Haben wir Machen dann Flur Und daraus müssen wir dann machen Bakery Bakery Für noch bessere Arbeiter Arbeiter Entschuldigung Da kam ein Schluck auf Rülps Diese Details Wunderschön Vielleicht sollte ich noch mehr pflanzen lassen Ich meine Neun Tage Birch Birch Hutz Ich meine warum nicht Hat dann mit der nächste tun Dann kann er ja weiter was machen Wie war es nur Job Alles klar Kein Problem Wenn wir genug Bäume Die noch gefällt werden müssen Ich glaube wir machen Hier auch nochmal ein Loklager hin Und hier oben schon mal Ah siehste Da habe ich Blödsinn gebaut Es dauert einige Tage bis es fertig ist Wenn wir ihn überhaupt sehen Bevor das Display zu Ende ist Weil Ja Die brauchen schon echt lange So da können wir lang Wir machen mal hier eine Route durch Ich würde schon mal vorbereiten Zu sprengen Das ist so mein Endgoal Sprengungen So hier soll der Damm gebaut werden Ich könnte mich hier rein Ich könnte mich hier reinspringen Das will ich eigentlich gar nicht Boah alter wie viel 150 Wie viel müssen wir hoch Das sind zwei Ne Zwei Blöcke Gehen wir hier hin Dann machen wir hier den Damm Sie könnten auch Kann auch sein Dass wir von da oben Das machen müssen Also drei hoch Ich mach jetzt mal den Hunderter Ach ich trottel Den brauche ich ja gar nicht Ach guck mal So geht's auch Ups Sollen die erstmal das bauen Sieht mit dem Holz aus Natürlich schlecht Wir haben wieder einen Biber ohne Job Ist mir aber egal Nur noch zweimal Lumberjacks Hütten hier rein Was ist los Könnt ihr da oben nicht hacken Habe ich doch anmarkiert Ne Nicht Ah dummer Idiot Dummer Strike's back So machen wir mal Treppen nach da oben Ist glaube ich zu umständlich oder Oh das sind richtig gute Bäume Geil 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 Das kann richtig gut werden Aber jetzt natürlich erstmal Nacht Oh Essen Äh Schade Wir brauchen noch ein Farmhaus Es wird knapp Ne Noch brauchen wir die Sammler nicht Unreachable Construction Site Warum Achso Wir brauchen eigentlich noch mal Ein Construction Typen hier oben Hier wahrscheinlich auch Jawohl Um die zu bauen Das kann der bestimmt nicht Ne Gucken wir mal Vielleicht schaffen sie es ja trotzdem Aber da können wir auch nicht hoch Machen wir mal so Jetzt geht es gerade so mit dem Holz Aber das ist jetzt auch nichts mehr Kurz Pause 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 Ich will zum Baumreichtum Kommt schon Baumreichtum 50% 50% Ich brauche noch mehr Bäume So wird es nix Da kommen sie auch nicht hoch Hm Das können sie um Kosmos bauen Essen ist gut Essen sieht alles super aus Machen wir auch erstmal Pause mit Das machen wir nur an Wenn wir es brauchen Puh Ja Wir werden es sehen Aha Wird gebaut Sehr gut Wird gebaut Oder doch nicht Abgerissen Und er guckt Dass seine Bäume wachsen Das ist das zweite Lager Na Du brauchst mal das Das kostet auch schön Schön Kohle Holzkohle Wollte gerade sagen Sonst waren wir Down-on-Lager Haben wir ja gar nicht Ja die gehen jetzt weiter Aber ist auch egal Okay die Treppe steht Das steht jetzt auch Ist mir egal wie sinnlos Der Weg ist Wirklich Aber ich waren diese geilen Bäume Da oben ran Geil los Bäumus Maximus Genau Schön arbeiten Los 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 Der sagt nicht Der kann auch nur Da unten bauen Ist doch bescheuert Muss ich da oben Noch einen bauen Können wir den ja Wieder weg machen Hier Fast Weg damit Hier wäre es ein Job Unreachable Constructionsite Ist nicht Unreachable Noch nicht Halt warte Ich sehe warum es Unreachable ist Ich glaube der kommt Dann da nicht dran So wird es klappen Ganz sicher Ganz sicher Ja schon weiter hacken No Ah scheiße Das ist natürlich blöd Möchte er vielleicht ein Haus Bauen oder so Ich weiß es nicht Oh wir haben ja sowieso Zu viele Wir werden 10 Wir werden 10 Hier ist schon wieder alles alle Aber da oben können wir noch was hacken Zack 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 Wie der Heisenbärchen mal sagt Okay Ja Dann muss ich erstmal hier aufhören Liebe Leute Immer wieder in der Nacht Es tut mir leid Das war es erstmal von mir Von Timberborn Bis zur nächsten Folge Halt Stopp Nicht alle so eifrig arbeiten Haut rein Leute Das war es ein bisschen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal